Ja, und vor dem Impfen kommt erst einmal das Testen. Die Regierung hat heute bekannt gegeben, dass die angekündigten Massentests nach Bundesländern gestaffelt durchgeführt werden. Salzburg etwa testet am 12. und 13. Dezember, also am 12. und 13. Dezember an einem Wochenende. Und Tirol und Vorarlberg testen schon am 4. bis 6.12. auch ein Wochenende. Und nach Vorarlberg schalten wir jetzt zu unserem Reporter Stefan Krobert. Was weiß man denn in unserem westlichsten Bundesland schon darüber, wie denn diese Tests dann ablaufen werden? In Vorarlberg soll es 80 Teststationen geben, also in fast jeder der 96 Vorarlberger Gemeinden. Kurz vor Mittag wurde bekannt gegeben, dass es also Massentestungen geben soll, vom 4. bis 6. Dezember. Ursprünglich hat es ja geheißen, dass zuerst die Lehrer und dann die Polizistinnen und Polizisten getestet werden und dann die Bevölkerung. Vorarlberg geht jetzt hier also einen eigenen Weg. Die ehrenamtlichen Strukturen von der Feuerwehr bis zum Roten Kreuz sollen hier genutzt werden und das Bundesheer unterstützt logistisch. Eine Teststation soll 5000 Einwohner abdecken. Anmelden kann man sich online, hauptsächlich aber auch telefonisch. Im Moment werden hier gleich ein paar hundert Meter von mir entfernt in der größten Teststation in Vorarlberg, in der Dornbirner Messe, 1000 Testungen pro Tag gemacht. Es wird also sicher spannend sein zu beobachten, wie das alles dann logistisch geht. Der Nikolaus bringt also heuer in Vorarlberg einen Corona-Test. Danke, Stefan Grobert, für diesen Live-Bericht aus Dornbirn.